So, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 57.000 US-Dollar. Wir haben unseren Abverkauf aber wirklich punktgenau getroffen. Muss ich aber dazu sagen, ich habe es gestern schon in der Telegram-Gruppe gesagt, ich bin nicht rein, weil mir das alles dann irgendwie zu schnell ging, wenn irgendeiner reingegangen ist. Glückwunsch, ansonsten besprechen wir den Rest jetzt im heutigen Video. Natürlich werden wir auch auf Ethereum blicken, wir werden auf die ganz normalen anderen Charts auch noch blicken, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, wie immer, lasst gerne schon mal dem Video ein Like da, lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal, um den Kanal auch ein bisschen zu unterstützen. Und wenn ihr auch Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Gruppe rein. Dort findet ihr die aktuellsten Infos, Charts, alles mögliche und auch alle Videos, so wie gestern zum Beispiel Chainlink war eine weitere Altcoin-Analyse, ist dort auch drinnen. So, jetzt aber rein in die Analyse, direkt rein, weil wir wollen keine Zeit verlieren. 57.000 US-Dollar, da stehen wir momentan bei Bitcoin, also nicht wirklich gut. Wir haben gestern die CPI-Daten gesehen, die besser ausgefallen sind als erwartet. Inflation ist bei, ich glaube, 3% oder sowas. Der Rest erst einmal nebensächlich. Daraufhin, ich mache mal hier ganz kurz den Fahrplan weg, daraufhin gab es den Pump bis hier hoch, bis in unsere grüne Box. Die grüne Box resultiert daraus nochmal so für alle zur Info. Das war diese 4-Stunden-Supply-Zone hier oben, also Widerstandszone. Kurz vor dem Golden Pocket sind wir bis auf knapp 59.800 US-Dollar gestiegen. Wir haben nicht das Golden Pocket getroffen. Ein bisschen verwunderlich, muss man ehrlicherweise sagen, aber wie gesagt, wir haben diesen Wick bekommen und daraufhin zu den News gab es den Pump und danach gab es wieder den Abverkauf. Also genauso wieder so ein richtiges Sell-the-News-Event. Erst werden die Kurse hochgepusht bis zur US-Session und dann gehen die Kurse wieder nach unten, um die ganzen Longs nach unten hin zu liquidieren. Gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe, da sehen wir das auch nochmal ganz gut. Gut, die Kerze hat zwar grün geschlossen, aber absolut beschissen, ehrlicherweise. Wir haben aber auch einen sehr, sehr langen Docht hinterlassen. Das gibt mir momentan nochmal Hoffnung, dass wir nochmal zu diesem Punkt hier eben hochkommen. Warum? Weil einerseits natürlich das Golden Pocket hier oben liegt, wir haben einen sehr, sehr langen Docht plus die 1-Stunden-Supply-Zone hier oben wurde auch noch nicht gehittet und ich vermute, hier oben liegt einfach noch eine Menge, Menge Short-Liquidität. Das heißt, sehr, sehr viele sind in diesem Bereich hier oben Short gegangen und die könnten wir hier oben dann noch schön liquidieren. Das heißt, die Hoffnung ist noch nicht, sage ich mal, aufgegeben. Ich vermute nicht mehr, dass diese Woche dieser Trade kommen wird. Ich vermute da erst Richtung Anfang nächster Woche. Ansonsten, wer da jetzt irgendwie Short ist, ich habe es gestern schon in die Telegram-Gruppe reingeschrieben, nehmt Profite, jetzt mal 50% raus, Stop-Loss-Entry und gut ist. Ich habe es, wie gesagt, gestern nicht geschafft, das war viel, viel zu schnell, dieser Hit. Ich hatte ja auch keine Limit-Orders hier, ich bin kein Fan davon. Deswegen bin ich momentan nicht in diesem Trade drinnen. Wie kann es jetzt kurzfristig weitergehen? Auch dazu haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen. Wenn wir uns das FIP-Level mal hier so ziehen bis zu unserem derzeitigen Top, sehen wir, okay, wir stehen hier kurz vorm Golden Pocket. Würde auch sehr, sehr gut passen hier mit dieser ehemaligen Support-Zone in diesem Bereich hier. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Hier diese Zone meine ich, also 56.1, 56.4 wäre so diese Möglichkeit, mal eine kleine Hedge-Long zu machen, das heißt, für alle, die hier momentan Short sind, könntet ihr hier dann nochmal so eine kleine Position Long aufbauen in eben diesem Golden Pocket mit eben Chance, dass wir hier nochmal eben hochgehen in Richtung 60, 64, um dann wirklich nochmal einen größeren Abverkauf zu sehen. Ansonsten würde ich jetzt euch raten, nicht irgendwie in irgendwelche Positionen reinzujumpen. Wie gesagt, das ist Freitag, wir gehen Richtung Wochenende da immer etwas vorsichtiger. Ja, Ethereum eigentlich das gleiche Spiel. Auch hier haben wir ja gestern drüber gesprochen, wäre es cool, wenn wir hier noch in Richtung 3.250 US-Dollar gehen. Wir sind auf 3.217 US-Dollar gestiegen, also auch hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Hier bin ich weder in einem Short noch in einem Long oder Sonstigen drin. Auch hier warte ich einfach, dass wir das Golden Pocket einfach jetzt wirklich mal langsam abholen könnten. Weil, wie gesagt, vorher ist mir das alles ein bisschen zu riskant. Eigentlich müsste gestern durch diesen Pump, den wir eben bei Bitcoin auch hatten, durch diesen knappen Wig hier fast ins Golden Pocket, dachte ich eigentlich, dass Ethereum ein bisschen mehr mitzieht. Wir haben zwar die Candle ein bisschen besser geschlossen auf den 1-Stunden-Timeframe, aber so richtig, richtig bullish sieht es auch nicht aus. Aber auch hier muss man dazu sagen, ihr seht hier diese krasse Volumen-Candle, die Chance, dass wir hier eben nochmal hochgehen, ist sehr, sehr hoch. Auch einfach, um nochmal diese Liquidität abzugreifen und charttechnisch hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert im Gegensatz zu gestern. Wir haben kein tieferes Tief mehr bekommen, ganz im Gegenteil, wir haben sogar noch, wenn man es so mal ein bisschen näher anguckt, sogar nochmal ein höheres Tiefgebild. Das heißt, die Struktur bei Ethereum ist sogar noch etwas bullischer als momentan bei Bitcoin. Deswegen bleibe ich auch hier dabei. Hier oben, das ist unser Short-Cluster. Long-Szenario würde ich trotzdem hier momentan überhaupt nicht reingehen. Wenn dann vielleicht mal hier unten unter diesem Tief bei 3040 bis 3023. Das wäre nochmal so eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich die Finger hier vom Long-Hebel erst einmal fernhalten. Gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es da aus? Da sind wir jetzt in unserem Short-Bereich angekommen. Ich warte jetzt hier noch, ehrlicherweise. Deswegen bin ich noch nicht Short gegangen. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Wig hier oben noch hinterlassen. Das sieht man hier ganz gut. Volumen sehr, sehr krass angestiegen, auch gestern. Das gab es dann zu den CPI-Daten, beziehungsweise kurz vorher. Da wünsche ich mir jetzt noch im Laufe des Vormittags nochmal hier so ein kleines Doppeltop. Das heißt in Richtung 2424 und dann eben diesen Abverkauf. Das heißt aber auch hier läuft momentan alles komplett nach Plan. Sieht zumindest gut aus. Das heißt wir warten hier jetzt auch noch. Wir haben die Ineffizienz gefüllt. Das war ja der Plan. Und jetzt noch ein Doppeltop wäre einfach beste Alternative für uns. Und dann können wir auch den Short hier möglicherweise an einem Freitag eingehen. DAX, auch da läuft es eigentlich, muss man wirklich oder fairerweise sagen, nach Plan. Wir sind komplett durchs Golden Pocket durchgebrochen. Einmal zu den CPI-Daten eben gestern. Das ist zu vernachlässigen. Deswegen können wir hier das Golden Pocket jetzt wegmachen. Deswegen auch kein Short gestern hier. Somit bleibt die zweite Option bestehen in Richtung 18.700 Punkte. Ich warte oder ich denke, ich würde jetzt eher vermuten, dass wir diesen Punkt hier heute nicht mehr erreichen. Dafür müssten die US-Börsen nochmal ordentlich ballern. Gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus. Aber trotzdem diese 18.700 Punkte Marke, das ist unser Short-Szenario. Das heißt Gold und DAX könnte heute noch auf jeden Fall was werden. Und last but not least Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch hier haben wir einen ordentlichen Pump gestern gesehen. Ein bisschen übertrieben. Nachdem der DXY komplett übertrieben einfach hier abgekackt ist. Wir haben zwar hier die Ineffizienz gefüllt. Auch hier nach unten hin. Gefällt mir aber auch nicht wirklich gut hier momentan. Der Fahrplan und alles hat ja grundsätzlich gepasst. Auf was ich jetzt hier noch ehrlicherweise sagen würde. Weil Plan war ja Euro gegenüber US-Dollar. Warte, ich zeige euch nochmal den Chart. Dass wir im Endeffekt hier oben nach dieser Ineffizienz in Short gehen. Wir haben aber auch jetzt hier gleiches Spiel wie ungefähr bei Gold. Wenn ihr noch den Chart im Kopf habt. Dass wir hier auch jetzt einen ordentlichen Wig nach oben hin gebildet haben. Also hier sieht man es ganz gut. Weshalb ich mir jetzt wünschen würde. Dass wir auch hier nochmal ein bisschen hoch gehen. Und dann einen Doppeltop bilden. Und dann komplett reinscheißen hier beim Chart. Also nach unten gehen und Short gehen. Würde auch zum DXY deutlich besser passen. Dass wir auch hier nochmal so einen kleinen doppelten Boden bilden. Und dann eben diese Erholung nach oben hin sehen. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein. War jetzt ein bisschen ausführlich. Aber ganz grober, kurzer Überblick über alles, was momentan ansteht. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Altcoin-Update-Video sollte dann heute Nachmittag hoffentlich noch kommen. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypt. Tschüss. Vielen Dank.